Ja, es geht um die Karriere bei der DVAG, bei der Deutschen Vermögensberatung. Was ist wirklich möglich? Das möchte ich dir sagen und ja, ich selbst bin kein Vermögensberater der DVAG, ich habe keine Geschäftsbeziehung, also ich beleuchte das aus einem völlig anderen Blickwinkel. Ich möchte hier ehrliche Antworten geben. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ja, im Direktvertrieb habe ich im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 Euro gemacht, allerdings nur mit Facebook, ohne meine Freunde anzusprechen. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Also, Karriere bei der DVAG, Punkt Nummer 1. Kann man es wirklich machen? Ist es grundsätzlich möglich, hier einen höheren Verdienst zu erzielen? Einen höheren Verdienst als, sage ich mal, der Durchschnitt im Angestelltenverhältnis? Aus meiner Sicht ja. Aber, das ist das Wichtige, ja aber. Weil ich denke, und da kommen wir gleich zu Punkt 2, meine Erfahrung ist die, ich glaube, dass das Akquise-System, dieses alte Akquise-System, das wir im Direktvertrieb, sage ich mal, vor 20, 30 Jahren gelernt haben, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Ich selbst habe 16 Jahre meines Lebens verschwendet im Strukturvertrieb, Direktvertrieb, weil ich nach den alten Methoden gearbeitet habe. Was meine ich damit? Alte Methoden, Freunde ansprechen, Flyer austeilen gehen, eine Akquise zu machen. Diese Akquise hat sich jetzt ein bisschen verlagert auf Social Media. Das heißt, früher hat man einfach auf der Straße die Menschen angesprochen, jetzt geht der eine oder andere her und spricht die Menschen auf Instagram über den Messenger an, auf Facebook über den Messenger an. Und ich halte das für nicht gut. Es zeigen sich auch die Zahlen, dass es nicht sinnvoll ist, Akquise zu machen. Wir haben eine Quote von 100 zu 1. Also man braucht 100 Nachrichten an fremde Menschen im Messenger, auf Instagram oder auf Facebook, damit man einen Kunden generiert. 100 Nachrichten, ein Kunde. Warum ist das so? Weil auf Social Media, auf Facebook hier einige Riegel vorgeschoben hat, die ich sehr, sehr gut finde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein Fan davon. Und zwar ein Riegel ist, dass man nur sehr, sehr wenige Freundschaftsanfragen mal schicken kann. Also um eine Nachricht jemandem zu schicken, einen fremden Kontakt, braucht man eine Freundschaft, weil sonst diese Nachricht im Spamordner landet. Und man kann circa 5 bis 10 Freundschaftsanfragen pro Tag schicken, mehr nicht. Und wenn wir jetzt betrachten, wir brauchen 100 Freunde für einen Kunden und das gilt für die DVAG, das gilt für andere Strukturvertriebe, dann haben wir hier nicht viele Möglichkeiten. Gleichzeitig, und das finde ich auch gut, gibt es ein Linkverbot im Messenger. Das heißt, man darf auch keine Links versenden. Schon aufgefallen, du hast wahrscheinlich wenige Links bekommen in der letzten Zeit. Und dann gibt es auch noch ein Textbaustein-Update. Das heißt, Facebook und Instagram prüfen im Messenger, werden ähnliche Passagen verwendet. Also immer wieder ähnliche Sätze. Dann wird die Nachricht nicht zugestellt. Das Interessante und das Spannende, das finde ich sehr, sehr gut, ist, dass der Absender das alles nicht mitbekommt. Also Spam und all diese Sachen zahlt sich nicht aus. Deswegen, wenn du Karriere bei der DVAG machen möchtest, das online machen möchtest, ist es eben nicht möglich, mit Akquise zu machen. Punkt Nummer 3 zur Karriere bei der DVAG. Ist das überhaupt online möglich? Ja, also wir bewegen uns ja in einem Zeitalter, wo Netflix, Amazon, ja, eigentlich das Leben mittlerweile bedeutet. Und die nächste Generation will ja von offline überhaupt nichts mehr wissen. Die Frage ist nur zum Beispiel, kann man bei der DVAG Karriere machen, wenn man nur auf online setzt? Und meine ganz klare Antwort ist, ja, definitiv. Aber, auch hier wieder, ja, aber, wenn man eben die Spielregeln kennt, also wenn man den Algorithmus kennt, wenn man weiß, wie man die Menschen dazu bringt. Und ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist eben, weil die Akquise nicht mehr möglich ist, dass man lernt, wie man Pull-Marketing macht. Also die Menschen zu sich zieht. Und hier gibt es ja eine neue Google-Funktion. Das heißt, wenn Menschen auf Google etwas suchen, nehmen wir zum Beispiel, wenn man Karriere machen möchte bei der DVAG und Vermögensberater ist. Zum Beispiel, wenn die Leute suchen nach Geld anlegen. Wenn die das auf Google suchen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie dich auf Facebook finden. Diese Funktionalität hat einen Nachteil. Sie ist standardmäßig nicht aktiv, aber du kannst sie selbst aktivieren. Wie das geht, zeige ich unten in meinem Gratiskurs. Und Punkt 4 zur Karriere bei der DVAG möchte ich einen konkreten Tipp mitgeben, der auch wieder zeigt, wie jetzt Social Media funktioniert und wie du wirklich Karriere machen kannst, online bei der DVAG, das sogenannte Wortmarken-Update. DVAG, Deutsche Vermögensberatung, ist eine geschützte Wortmarke. Wenn du eine Wortmarke auf Facebook und auf Instagram erwähnst, hast du keine Sichtbarkeit. Also egal, wo du reinschreibst, DVAG, es wird nicht sichtbar gemacht. Das ist der Unterschied ein bisschen zu YouTube. Dort wirst du gefunden, wenn du eine Wortmarke erwähnst. Auf Instagram und Facebook nicht. Warum ist das so? Adam Mossery, der CEO von Instagram, hat vor einigen Wochen gesagt, sie wollen nicht mehr, dass TikTok-Videos mit Wasserzeichen hochgeladen werden. Das war der erste Schritt. Aber insgesamt will natürlich die Plattform nicht, dass man hier groß Werbung macht. Und deswegen ist es wichtig, auf dieses Pool-Marketing, auf diese neue Google-Funktion zu setzen. Also, mein Fazit, ja, Karriere bei der DVAG ist möglich. Online sehr, sehr, also ist das Potenzial sehr, sehr hoch. Wenn man gewisse Regeln lernt und wenn du wissen möchtest, ja, wie du das genau machst mit Facebook, dann hast du unten mal einen Gratis-Kurs. Da zeige ich dir das genau, wie ich das gemacht habe, ohne Freunde anzusprechen. Ja, schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir eine tolle Karriere bei der DVAG, Deutsche Vermögensberatung. Rock it. Bye, bye. Ciao. Ciao.